Musik Heyho Leute! Moin Leute! Und willkommen zu einer Aufnahme von Terraria. Joa... Ähm, er ist gestern gestorben. Maa... Hat aber seine Sachen wiedergeholfen. Ja, ich war ja eigentlich schon fertig mit meiner Aufnahme, aber da der noch in der Aufnahme war, wollte ich nicht direkt einfach aufhören und bin dann gestorben. Ich hab einen Boomerang. Und weil ich fand, dass das eigentlich recht scheiße war, da ich eigentlich direkt aufhören wollte, hab ich mir die Sachen einfach mit meinem Hauptaccount schnell wiedergeholt. Ja. Und jetzt sind wir hier. Weil's gerade Nacht war, hab ich noch schnell einen Stern hier gefunden. Und ich hab noch einen Holzboomerang für ihn. Ich kann mir einen Platinum-Schwert machen. Ein Lebenskristall. So, warte mal, ich bin mal kurz... Lass uns den einsetzen. Ja, ja. Okay, ich bin mal kurz weg. Maa, die Aufnahme beginnt und der Junge verschwindet direkt wieder. Ja, okay, ich bin immer noch da. Ich hab noch schnell was gesagt. Ähm, ja, was haben wir denn noch zu machen? Äh, ich wollte gleich wieder ein bisschen die Map erkunden. Achso, und ich wollte mein Zeug schmelzen. Ich baue mir erst mal ein besseres Schwert. Ich mach erst... Hast du noch Eisen? Ich wollte mir einen Platinum-Bogen machen. Hast du noch Eisen? Äh, ja, fünf Stück. Kannst du mir das mal geben? Gut. Da könnte ich vielleicht noch ein bisschen Eisen... Ach, du meinst jetzt... Äh, ich meine jetzt Erz. Ne. Hä, die Barren sind doch auch gut. Achso, Barren hast du mir gegeben. Äh, Gott, du behindert, ey. So, ähm, was wollten wir machen? Kupferrüstung, ne? Äh, kannst du mir irgendwelche Rüstung geben, die stärker sind? Ich kann dir Schuhe machen. Ja, danke. Ähm, und jetzt gucke ich wegen Eisen. Ich kann dir sechs Tanksten und 23 Kupfer geben. Ja, mach das. Ähm, dann gucke ich gerade mal. Und ein Eisenerz. Achso, ähm, jetzt mache ich mal das. Und ein Platinumohr. Willst du das Kupferhemd? Willst du das Kupferhemd? Ja. Gut. Jo. Ich sterbe ich nicht mehr so schnell. Ich hab trotzdem nur vier Abwehr. Ich hab Platinumschwert. Zang, ting, ting, ting. Ho, joh, geil, nee. Ting, ting, ting. Unser Geist stirbt, ich rette ihn. Und da sind ziemlich viele Zombies. Ho, 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 lol. Okay, guck mich mal an. Guck auf mich. Ach. Oh, ho, 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 ho. Ich rette unseren Guide. Guck zu mir. Wieso leuchtest du? Schlau leuchten. Guck mal zu mir. Ähm, ich hab so einen Trank genommen. Mann, guck mal zu mir. Ja, ich guck zu dir. Cool bist du. Aus was hast du den gemacht? Eisen. Aus meinen Eisen? Ja, ich hab mir einfach nur eine Brustplatte gemacht. Und du behältst den? Okay, ja. Ich hab ja keinen Helm, deshalb. Aber ich hab nix zum Hochbauen. Mann, oh. Äh, warte mal. Du musst nur hier zwei Blöcke auf Seite machen hier oben. Dann kommt man schon weiter. Pst. Nein. Ma. Einfach fallen lassen. Äh, ich hab dir einen Boomerang gegeben vorhin. Alter, mach doch einfach zwei Blöcke auf Seite. Ich kann das aus. Ne. Ich mach's trotzdem so. Ja, ohne Jetpack ist alles schwerer. Jetpack, Flügel. Ja. Wir sind hier nicht bei Jetpack, Joey. Zack. Und jetzt kommt das Schwere immer wieder raus und rein und raus und rein. Das hört sich schon. Irgendwie. Komisch an. Ja. Leeroy. Nein, ich komm hier nicht, äh, ich komm hier nicht weg. Alter. Wird ja fast auf mich gesprungen. Ach, jetzt mach ich nicht wieder. Hätt nämlich fast versprungen. So, jetzt ist hier wieder das Problem wie in Spelunky. Ah ja. Die Ecke springen. Ich hab's euch versuchen mit einer Pickaxe einen Baum abzubauen. Wieso wird das nicht klappen, meine Kinder? Ich hab übrigens in meinen Terraria-Aufnahmen gemerkt, dass ich zu laut bin und hab mich jetzt leiser gemacht. Entschuldigung, hab ich mich jetzt leiser gemacht und ich guck jetzt mal, wie es ist. Obwohl das bei meiner Fanny Games Folge ganz in Ordnung war, das Sound. Welche Fanny Games Folge? Die neue, die ich aufgenommen hab grad eben. Oh. Als du nicht da warst. Äh. Ja, okay. Okay. Musst du das in der Aufnahme machen? Okay. Ma. Junge. Ohne Witz. Ah, ich sterbe. Ich sterbe. Wenn wir Aufnahme machen, dann machen wir Aufnahme. Dann machst du nichts anderes. Du gehst immer weg. Redest mit irgendjemand anderem. Ne, ich bin nicht weggegangen. Ich war nur... Ich bin immer noch da gewesen. Ja, das stimmt. Dann ist... Jemand ist nur zu mir gekommen. Ey, cool. Ich hab was herausgefunden. Was denn? Dass du keine Eier hast? Alter, wieso... Das gucken vielleicht auch Kinder? Weil das ja auch kein anderer YouTuber irgendwie sowas sagt. Genau. So wie... Gemma Let's Play, oder? Oder Pete Smith, oder so. Oder Zombie. Ist nicht so. Ist nicht so. Oder Zombie. Ich glaub, Zombie sagt sowas nicht. Der es dafür zu vornehmt. Das ist... Achso, genau. Wobei mir legt hier das ganze Hölz rum, ey. Wegen seinem komischen Zylinder, ne? Ja. Ist voll der Herr, Alter. Voll der Gentleman. Hammer, Mordlof, oder Gentleman. Aber ich find den cool, wegen seinen langen Haaren. Ich hab auch lange Haare. Ich find der Zombie sieht ein bisschen gruselig aus. Ich hab einmal den in der Facecam gesehen und der sieht irgendwie... So ein bisschen... Weißt du, wie man sich so einen richtigen Zocker vorstellt. So ein bisschen bleichere Haut. Ist nix gegen Zombie. Ich mag den an sich. Das ist richtig nett und so. Aber irgendwie... Komm mir der so füllen. Zack. Hey. Ja? Ne, ich hab grad einen Glibber getötet und da kam einfach nichts raus. Ich hoffe, ich find eine Wüste... Äh, ich bin in der Wüste und ich hoffe, ich find dann Schneetempel. Okay. Könnte ich mir nämlich so einen ganz kleinen Schneetempel? Äh, also so Wüsten-Tempel, danke. Kannst du nämlich gucken, ob ich ein Flying Carpet finde? Und ich suche gerade nach einer Höhle. In welche Richtung bist du gelaufen? Äh, nach links. Achso. Oh, ne, hier sind Geier. Wow, 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 wow. Ich bin schon. Ma, gegen die Geier zu kämpfen ist ja richtig mies. Und ich hab den Boomerang weggelegt. Genius! Ähm, waren wir hier schon? Weil hier sind gerade voll viele Fackeln. Was fragst du mich? Ich bin nicht mal bei dir. Ja, aber hier sind gerade auch viele Fackeln. Wenn Fackeln da sind, dann waren wir da schon. Oder zumindestens ich. Wo lang läufst du denn gerade? Ähm, nach links. Oh Mann, du bist so blöd. Anstatt einfach in die andere Richtung läufst, nein. Logisches Denken. Lauf nach rechts, ey. Ja, ich geh gerade einfach nur die Höhle runter. Ja, da war ich schon drin. Das war die, wo ich ganz unten gestorben bin. Oh, ganz unten. Ganz weit unten. Hast du auch schon Zeug geholt? Ja. Siehst du, und jetzt kann man nicht mal vertuschen, dass du gestorben bist. Ja, weil du ja auch ein Idiot bist. Warum ich? Weil du einfach da immer in meine Richtung gehst. Anstatt du mal irgendwas Nutz-, äh, Sinnvolles machst und einfach in die andere Richtung gehst, damit wir viel mehr erkunden. Nein, er läuft natürlich in meine Richtung. Ähm, übrigens, ich mache was Spezielles, denn ich gehe runter und hole Erze. Ich habe da unten doch alle Erze geholt. Wieso gehst du nicht nach rechts? Ich gehe überall nach unten und hole alle Erze. Ah nein, du läufst natürlich auch nach links. Wie so ein Behinderter, ey. Das regt einen einfach auf. Logisch denken ist wohl nicht so deine Stärke. Doch. Sonst wäre ich nicht in Mathe-Förder-Ähm, äh, Superfördergruppe. Äh, Leistungsgruppe. Erweiterungskurs, meinst du? Leistungsgruppe, genau. Ähm, wo die Guten hinkommen und sie noch besser werden können. Ach so, nee. Hä? Ich bin in der, wo direkt die Guten drin sind, die einfach gut sind. Ja, ich auch. Sozusagen. Trotzdem hättest du nach rechts laufen können. Und jetzt geht in Team Rot, ey. Ja, das vergessen wir immer von Anfang, ne? Nee, ich hab's von Anfang an drin. Ach so. Warte, dann gehe ich in Team Red. Sweet as sugar and everything naga. Ha 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 ha. Spendier mir noch ein Bier. Oh, bist du anstrengend. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich auf dieses Display eingelassen hab. Ähm, für die Zuschauer. Ja, ist trotzdem, glaube ich, auch für die anstrengend, ey. Beide laufen nach links, die werden sich auch denken, was das für Idioten sind, aber ich bin als erster nach links gelaufen, also können die mir nix sagen. Sollen die dich in den Kommentaren zuspammen? Ja, das macht Karte doch nicht so. So, ich hab, du weißt gar nix, du bist doch blöd. Das ist das Stein ja, das Stein. Mach. Da baust du den halt ab. Da kommt dein Slime, jo. Nein. So, ich seh ja, ach, dass, äh, das ist dein Krapf. Wir machen ohne Combat Logging, oder? Dass du dich, äh, im Kampf ausloggst, um wieder im Haus zu sein. Äh, können wir. Nee, ohne, weil, das ist ja irgendwie. Äh, also, ich mein, ja, ohne. Ist ja auch irgendwie nicht der Sinn der Geschichte. Genau. Uh. Uh. Äh. Ich dein Krapf, äh. Äh. Ich bin, ja.